Kopf ruhig halten im Golfschwung. Heute zeige ich dir wie du genau das zuhause trainieren kannst. Denn das heutige Video ist ein Video meiner Videoserie Golf zuhause trainieren. Nicht immer wirst du die Zeit haben auf die Driving Range zu fahren und genau deshalb ist es mir ganz ganz wichtig dir eine Übung zu geben wie du genau das zuhause trainieren kannst. Ich bin Philipp von einfach besser golfen und solltest du neu auf meinem Kanal sein würde ich mich riesig freuen wenn du ihn abonnierst und klick bitte auf die Glocke nebenan um eben kein weiteres Video mehr zu verpassen. Heute geht es um das Thema Kopf ruhig halten im Golfschwung und heute möchte ich dir eine ganz ganz simple Übung zeigen wie du genau das zuhause trainieren kannst. Ich möchte gar nicht lang um den heißen Brei herumreden sondern dir die Übung gleich zeigen. Alles was du dazu tun musst ist folgendes. Steh auf und stell dich zu einer Wand hin. Begib dich in dein Setup. Solltest du unsicher sein wie das richtige Setup ist dann möchte ich dich bitten schau dir zuerst dieses Video was ich jetzt oben gleich verlinken werde an. Denn in dem Video beschreibe ich ganz genau wie eben das richtige Setup sein sollte. Und nun eben wie gesagt stell dich hin zur Wand, begib dich in dein Setup und schau dass dein Kopf vorne ganz ganz leicht nur an der Wand anstoßt. Und sollte das der Fall sein, bist du schon völlig richtig. Aus dieser Position heraus möchte ich nun dass du aufschwingst. Dass du versuchst dich vom Ball hin wegzudrehen. Dass sowohl dein Unterkörper als auch dein Oberkörper als rechts spielender Golfer nach rechts dreht. Und dann möchte ich dich bitten versuch die Position oben ganz kurz zu halten. Warum ist das so wichtig? Weil du einfach dann das Ganze noch ein wenig intensiver spüren wirst. Und genau um das geht es oft beim Golfen. Genau um das geht es oft wenn du deinen Schwung verbessern oder verändern möchtest. Du musst das Ganze intensiv spüren. Es muss sich extrem anfühlen um nur eine minimale Veränderung zu bekommen. Lange Rede kurzer Sinn du gehst hin zur Wand, schaust dass dein Kopf eben leicht berührt. Holst aus und versuchst eben oben die Position ganz kurz zu halten. Schau dabei bitte, dass dein Kopf weiterhin Kontakt mit der Wand hat. Dass dein Kopf weiterhin an der gleichen Stelle geblieben ist. Und versuchst zu fühlen, was dein Körper nun gemacht hat. Ist dein Körper in einer leichten Linksbeugung? Was fühlt sich anders an? Welche Muskeln spürst du vielleicht nun etwas mehr als zuvor? Genau das möchte ich von dir, dass du versuchst in deinen Körper hinein zu hören. Zu fühlen, was jetzt etwas anders ist als vorhin eben noch. Und dann, wenn du eben die Position oben für ein paar Sekunden gehalten hast, möchte ich dich bitten, geh ganz langsam wieder runter in die Treffmoment- oder Ausgangsposition. Und das Ganze solltest du, wenn es geht, täglich circa 20 Mal wiederholen. Denn bei dieser Übung ist mehr definitiv mehr. Je öfter du die Übung machst, desto leichter wird es dir fallen, das Ganze auf der Driving Range umzusetzen. Also einmal noch das Ganze zur Wiederholung. Du stellst dich hin zur Wand, schaust, dass dein Kopf ganz leicht an der Wand Kontakt hat. Versuchst auszuholen. Haltest die Position oben kurz für ein bis zwei Sekunden vielleicht. Versuchst zu fühlen, was nun eben anders ist. Und dann gehst du wieder zurück in die Ausgangsposition, in der du am Anfang warst. Und genau so wird es dir gelingen, in Zukunft bei allen deinen Schwingen, das kann ich dir versprechen, deinen Kopf ruhig zu halten. Und über den ruhigen Kopf mehr oder weniger wird es dir gelingen, den Ball wesentlich besser, konstanter zu treffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen der Übung. Schreib es vielleicht unten in die Kommentare rein, wie es dir mit der Übung ergangen ist. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.